Yo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. So, wir zocken mal, wie soll das auch anders sein, den Modus Geisel auf dem Präsidenten-Flugzeug. Ist das nicht geil? Da kommt wieder Freude auf. Naja, das ist scheiße. Ich brauche Castle hierfür. Und einer ist schon wieder weg von uns. Leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ja, Mute, Kapkan, Puls. Okay, das ist eigentlich schlecht. Eigentlich. Weil die beide kein mobilen Schild haben, deswegen ist das jetzt wieder nicht ganz so gut für uns. Mal gucken, was wir reißen können. Ja, die ein oder anderen News gibt es ja jetzt auch. Scalebound wurde jetzt auf 2017 verschoben. Der erste kleine Schlag für mich im Jahr 2016, obwohl es ja echt relativ jung ist, wird schon Scalebound meiskalt verschoben. Ja, zudem muss man ja auch sagen, dass es endlich kein Assassin's Creed Teil geben wird in 2016. Wahrscheinlich, da ist zumindest jetzt ein Gerücht. Bestätigt ist es allerdings noch nicht. Aber es soll wohl kein Assassin's Creed Teil 2016 rauskommen. Das heißt, dass wir erst 2017 rauskommen und in Ägypten spielen. Aber ich bin mir wirklich sehr sehr gespannt drauf. Ja, du machst jetzt was. Nur noch fünf Sekunden. Die Tür ist versperrt. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Zugang gesichert. Ah, hier ist vielleicht Hacke. Warte, warte, warte. Die nächste Nachricht ist, dass Watch Dogs 2 wahrscheinlich rauskommen soll. Habe ich auch über Facebook und Twitter angerissen. Das ist ja... Ich glaube, man hat aus den Fehlern gelernt, die sie gemacht haben. Das habe ich schon mal gesagt. Man kann wirklich nur darauf hoffen, dass sie daraus gelernt haben. Zugangssperre Einsatzbereiche entdeckt. Abstand halten. Meine Watch Dogs 1 war ja nicht schlecht, nur... Ey, es hat so viele Sachen gefehlt. Die Tiefe... In dem Spiel... Das ist das große Problem für mich gewesen. Ehrlich, das ist irgendwie... Keine Tiefe gab in dem gesamten Spiel. Was? Hä? Wie hat er mich denn jetzt weggeholt? Wie hat er mich denn jetzt weggeholt? Ach, hör auf. Ey, es gibt wirklich Sachen, damit hast du gar nichts gehört. Ey, es sieht schon wieder gar nicht so gut aus für uns. Ja, Watch Dogs 2 wird dann auf jeden Fall... Es bleibt bei mir, ist ja gar keine Frage. Wenn die Gerüche denn stimmen sollten, man weiß es ja nicht. Ein Operator ist der eigenen Trucke zu bleiben. Das war das, die Runde ist vorbei. Mission gescheitert, eigener Trucke neutralisiert. Ja, sonst war es eigentlich im Prinzip die News. Ja, meine Gamescom... Vorbereitungen sehen zumindest mal ganz gut aus, dass ich die Gamescom packen sollte dieses Jahr. Was ich mir endlich mal vorgenommen habe. Weil es sieht momentan relativ okay aus. Dass ich wirklich mal auf die Gamescom schaffe. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, momentan sieht es relativ gut aus, dass ich auf die Gamescom wirklich komme, ehrlich. Dieses Jahr könnte wirklich das Jahr sein, wo ich es endlich schaffen könnte. Das wäre mal der Wahnsinn. Nachdem ich es irgendwie immer vorgenommen habe und es irgendwie nie hinbekommen habe. Könnte es wirklich jetzt... An der Zeit sein. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Du hast schon gesagt, ich habe keine Eliminierung geschafft. Wie das denn? Das heißt, hier ist doch keiner, oder? ... 10 Sekunden bis Einsatz. Nein, ich will springen. 5 Sekunden. Rettungsversuch kann beginnen. Geisel finden und sichern. Drohne bereit. Drohne unterwegs. Feind lokalisiert. Erster Stock. Streuspringsatz eingesetzt. Schauen wir mal, ob ich selbst nach oben komme jetzt gerade. Ja, ich kann selbst nach oben. Die Tür ist bereit. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Sprengladung bereit. Hier wird es gleich richtig heiß. Schafft Drohnen einsatz. Geisel in Sicht. Ah, shit. Schau mal kurz was, was der Maid macht. Bringen wir uns was? Bereit zum Durchbruch. Geisel am Boden. Ach, Mann. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich will diesen Modus nicht mehr spielen. kann ich das muss auf die blacklist setzen das kann ich es ist jedes mal dasselbe ich verstehe das nicht ich habe psl wo ich krieg so aggression bei sowas warum ballert man jedes mal die geisel weg ich verstehe das wirklich nicht jedes mal ist die geisel direkt weg den raum befestigen die geisel muss gesichert werden band verstärkungen werden angebracht nur noch zehn sekunden es bleiben gute arbeit standort der geisel weiterhin unbekannt schweiz hierzu man kommst du rein kommst du raus Tür verrammelt! Ich habe einen entdeckt. Ich habe einen Entdeckt gefunden! Ich habe einen Entdeckung gefunden! Ich habe einen Entdeckung gefunden! Feuer, Schultz! Ich lade nach! Feuer, Schultz! Feuer, Schultz! Feuer, Schultz! Feuer, Schultz! Nur noch ein Gegner übrig! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Einer Trupp siegreich! Alle Gegner eliminiert! Geht doch! Ja, mit einem Mann weniger Offensiv ist natürlich wieder beschissen! Wir machen das irgendwie, oder? ICQ, Twitch, ICQ, Twitch, ICQ! Ich würde sagen, ICQ ist am besten! IQ, nicht ICQ! Ihr müsst die Geisel lokalisieren! Ich würde sie runter! Geisel gesichtet! Nein! Nein! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Wir müssen schön aufpassen, was wir jetzt hier machen! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Okay! Was macht denn jetzt hier jeder? Wo gehen die denn alle hin? Hä? Ich häng fest! Ehe, ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Acht so! Das geht noch weiter! Ach so! Ich häng fest! Wir werden schon da! Ehe! Ich häng fest! Ach so! Drohne ist aktiviert. Heilige Scheiße. Ich mach mal kurz dasselbe lieber. Setze eine Drohne ein. Ich muss eigentlich mal kurz sicher gehen was ich hier tue. 5 gegen 4, perfekt. Ah, hier will ich gar nicht runter. Ist da ein Störsinn da drunter? Nein. Sprengladung ist auf. Erster Stock. LOL Ich scanne nach elektronischen Geräten. Ja gestreue, Sprengsatz hoch. Nein, 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 nein. Ich hätte doch gesagt mach das nicht. Okay, was habe ich jetzt hier für eine Idee? Lass mal hören. War mal, dass es da ein linkeres Capra vorgemacht hat? Naja. Wir haben zwei, wir haben zwei, wir haben zwei, wir haben zwei, wir haben zwei. Wir können von irgendwo kommen quasi. Nein. Nein, der steht jetzt vor mir. Ja, super. Danke. Ey, wir müssen was machen Leute, wir müssen was machen. Ich habe keine Munition mehr. 15 Sekunden übrig. WTF? Nein. Ah, fuck. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Zeit abgelaufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, liebe Leute, liebe Leute, ich war fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.